Wie schön, dass du wieder da bist, du wunderschöne Seele. Setze dich entspannt auf einem Stuhl oder lege dich hin, bequem eingebettet. Deine Handflächen zeigen nach oben. Und du lässt dich nun durch deinen Atem begleiten, indem, dass du einmal tief durch deine Nase einatmest. Und tief durch deinen Mund wieder ausatmest. Und dies tust du nun in deinem eigenen Rhythmus. Dein Herz Der Fokus geht jetzt auf dein Herz. Dort, wo die Liebe wohnt. Dort, wo du alles findest, was du in diesem Leben benötigst. Es ist dein Schlüssel zu deinem Sein, zu deinem Göttlichen. Und nun wollen wir hier dein Herz mit dieser Meditation etwas weiter öffnen. Und du atmest weiter in deinem Rhythmus. Und nun stell dir einmal ein hellrosenes Licht vor. Was dein Herz nun füllt. Lasse dieses rosafarbene Licht nun in dein Herz einfließen. So, dass es dich ganz und gar erfüllt. Es dehnt sich aus. Es weitet sich. Und mit jedem Atemzug merkst du, dass sich dein Herz wie eine Blume immer weiter öffnet. Altes. Vergangenes. und schweres in dir darfst du nun transformieren, loslassen, sodass du in deiner Schwingung leichter und höher schwingen kannst, sodass du aus einer alten Schwingungsfrequenz in eine neue Frequenz aufsteigen darfst. Und nun achte einmal auf Bilder und Gedanken, die sich jetzt vielleicht in dir zeigen. Nehme sie wahr. Nehme sie wahr und achte sie. Lass sie kommen. Schau sie dir alle genau an. Denn alles, was jetzt sich dir zeigt, sind alte Muster, Gedanken, Bilder oder gar Gefühle, die nun erlöst werden möchten, durch dich, durch deine Kraft deines Herzens hast du nun die Wahl, alles in dir, was dir nicht mehr dient, in Liebe aufzulösen. Aufzulösen. Jetzt. Jetzt. Die Kraft meiner Worte helfen dir jetzt dabei, deine Themen loszulassen. ganz und gar im Vertrauen zu sein und in Hingabe zu dir selbst, dass du es nun in der Hand hast, deine Welt zu verändern. Deine Wahrnehmung zu verändern. Und dich von allen Verstrickungen, Fesseln, toxischen Verstrickungen. Und alles, was dir jetzt nicht mehr dient, dich davon zu befreien. Atme. Und mit jedem Einatmen nimmst du neue und positive Energie auf. Und mit jedem Ausatmen lässt du altes los. Tief ausatmen durch deinen Körper hindurch, schiebe deinen Atem durch deinen Körper hindurch. durch deine Beine bis zu deinen Füßen hindurch schieben, ausatmen. Bedanke dich selbst bei dir. Dass dir deine Seele nun Zugriff gibt auf alles, was jetzt sein darf und auf alles, was jetzt gelöst werden darf in dir. Es wird immer und zu jeder Zeit zu deinem besten Geschehen vertraue. Dein Herz ist deine Intuition in dir. Dein Herz ist die Liebe in dir. Und je mehr du dich von karmischen Verstrickungen und Beziehungen löst, desto freier wirst du sein. Freiheit in und um mich herum. Jetzt. Dies ist der göttliche Plan. Das göttliche in dir möchte nichts mehr als frei sein und die Liebe leben durch dich hindurch. In dich und um dich und in fölster Fülle, denn du bist Liebe in reinster Form. Und jetzt spüre bei diesem Wort noch einmal das rosafarbene Licht, was dich einhüllt und umsorgt. Es füllt dich ganz und gar. Lass es fließen. Und wenn dir nun Bilder kommen. von hellen Farben oder einem Regenbogen. Vielleicht befindest du dich auch gerade in deiner Welt. da wo alles heil ist, wo Frieden herrscht, Leichtigkeit und Harmonie. Wo du du sein kannst und dich nicht verstellen musst. Und dennoch ist alles in bester Ordnung. Und du fühlst diese Liebe und diese Geborgenheit. Denn du weißt, dass du alles in dir trägst. Du bist der Schlüssel für deine innere Weisheit. Sie ist in dir verankert. Sie ist in dir verankert. Schon viele, viele Jahre lang. Und jetzt ist es an der Zeit, mit dieser hohen Frequenz, die momentan und immer weiter auf Erden läuft, ins Unermessliche nach oben steigt. Darfst du nun hier in Resonanz gehen. Und nun bitten wir für dich, dass du die höchste Frequenz der höchsten Schwingung in dir nun empfangen darfst, sodass du in Leichtigkeit deinen weiteren Lebensweg beschreiten kannst. Und es strömt göttliches, goldenes Licht über deinen Scheitelpunkt, über deinen Kopf, über dein Gesicht, Schultern. Brustbereich, Rücken, beide Arme, hinunter über dein Becken, zu deinen Oberschenkeln und hinab über die Waden, zu deinen Füßen, hindurch. Und du atmest. Und du atmest. Mit jedem Einatmen empfängst du das goldene Licht mehr und mehr. Und mit jedem Ausatmen schickst du alte Energien aus deinem Körper hinaus und aus all deinen Körpern hinaus. Du bist nun behütet und beschützt. Denn dies passiert in einem heiligen Raum. Jetzt. 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 dein Körper wird jetzt an die neue Energieschwingung angepasst. Spüre, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Ob du in Leichtigkeit bist oder ob da vielleicht noch irgendwo eine Schwere herrscht. Dann darfst du dorthin jetzt nochmal reisen an die Stelle deines Körpers, wo es sich noch schwer anfühlt. Und genau an diese Stelle schickst du jetzt nochmal einen tiefen Atemzug hinein und hinaus, sodass es sich lösen kann. Nimm dir die Zeit jetzt. Nimm dir die Zeit jetzt. Spüre. Und bitte hier das goldene Licht noch einmal verstärkt zu wirken. Die geistige Welt hilft dir so weit, wie es für dich zu deinem Besten ist. Und du kannst diese Meditation immer wieder wiederholen an jedem Ort und zu jedem Zeitpunkt. Und sie wird dir immer wieder aufs Neue dienen und immer wieder neue Erkenntnisse schicken und auch Körperteile lösen, die jetzt vielleicht noch nicht ganz im Balance sein sollen oder dürfen. So hörst du dir dieses Video ganz einfach nochmal an. Und deine Schwingung wird von Mal zu Mal immer weiter und weiter erhöht werden. So nimmst du jetzt nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch deinen Mund ausatmen und streifst dir alles ab, was jetzt hier noch an deinem Körper klebt. Und auch das goldene Licht darfst du nun abstreifen. Denn es nimmt auch hier nochmal Schlacken und Blockaden mit. Und dann komm langsam zurück in deinem Tempo. Und dann kommst du, bewegst du deine Arme, kreist du deine Hände und bewegst deine Beine, so dass du nun immer mehr zurückkommst im Hier und Jetzt. Und bleibe ruhig noch für ein paar Minuten. Liegen oder sitzen, bis du wieder voll und ganz hier bist, im Hier und Jetzt bist. Aus ganzem Herzen danke, danke für dich, für dein Sein. Alles Liebe. Namaste. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020